Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, lautet, sagen Sie mal, Herr Skobel, wenn Sie sich mit Philosophie beschäftigen, dann verbringen Sie ja viel Zeit damit, Texte von Menschen zu lesen, die längst tot sind, manchmal schon tausende von Jahren. Ist das sinnvoll? Meist kommt da eine kleine Pause, denn gemeint ist ja, und damit verbringen Sie Ihre Zeit, ist das nicht langweilig? Antwort, nein, ist es nicht. Und ja, ich verbringe tatsächlich sehr viel Zeit mit Lesen von Texten von Leuten, die meist schon tot sind. Aber das bringt mir viel, ist also sinnvoll, weil ich neugierig bin und vieles, das ich noch nicht verstehe, durch diese alten Texte besser verstehe. Aber in der Frage steckt ja noch eine andere, die eigentlich interessante Frage. Um die geht es heute. Und die Frage lautet, kann man denn mit diesen Texten, also mit der Philosophie dieser Menschen, die ja nicht in unserer Zeit gelebt haben, die man also gewissermaßen übersetzen muss, von der Vergangenheit in unsere Gegenwart, kann man damit jetzt noch etwas anfangen? Hilft Ihnen diese Arbeit mit Texten, Büchern und Gedanken aus der Vergangenheit wirklich heutige Probleme zu lösen? Ich finde, dass das eine sehr berechtigte Frage ist, auf die man als Philosoph eine Antwort geben sollte. Und das sollte man vor allem dann, wenn man, wie ich selbst davon überzeugt bin, dass Philosophie etwas anderes ist, als sich in den Elfenbeinturm zu verkriechen, auch wenn man das von Zeit zu Zeit vielleicht tatsächlich mal machen muss. Philosophie muss sich zwar tatsächlich immer wieder neu mit den Traditionen des Denkens, des Wissens, der Geschichte, der Ideen auseinandersetzen, aber genauso auch mit dem, was heute geschieht. Frage also, kann Philosophie der Vergangenheit dabei helfen, aktuelle Zusammenhänge und Entwicklungen besser zu verstehen und vor allem auch klarer zu sehen, in welche Richtung man selber handeln sollte? Meine Antwort ist ja. Und das will ich an einem Buch klar machen, das 2019 erschienen ist. Es handelt sich um eine Vorlesung, die der in der Tat bereits 1969 verstorbene Philosoph Theodor W. Adorno zwei Jahre vor seinem Tod in Wien gehalten hat. Die Vorlesung hat den Titel Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Ich werde Adornos Gedanken kurz zusammenfassen und dann fragen, ob sich Adornos Analyse anwenden lässt auf die aktuelle Diskussion über die AfD. Meine Frage lautet also, sind erstens zentrale Aussagen der AfD rechtsradikal und sind sie zweitens Propaganda oder ist das nur eine Behauptung, üble Nachrede und natürlich wieder typisch System- und Lügenpresse? Ich beantworte diese Frage mit Adorno. Adorno. Der wurde am 11. September 1903 in Frankfurt am Main geboren. 1934 floh er vor den Nazis, zunächst nach Oxford und dann über New York nach Los Angeles. Dort arbeitete er unter anderem mit Thomas und Katja Mann, Berthold Brecht, Max Horkheimer und vielen anderen zusammen. Adorno ist einer der Mitbegründer der sogenannten kritischen Theorie, zu deren Hauptwerken die Dialektik der Aufklärung zählt, die er zusammen mit Horkheimer verfasste. Bekannte Werke von Adorno sind außerdem die negative Dialektik, seine Essays Minima Moralia, Reflektionen aus dem beschädigten Leben, sowie seine Studien zur autoritären Persönlichkeit. Aus den Minima Moralia stammt übrigens ein berühmter Satz, den ihr wahrscheinlich kennt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Adorno und Horkheimer entschlossen sich, zurück nach Frankfurt zu gehen, um dort das Institut für Sozialforschung neu aufzubauen, eine Entscheidung, die nicht selbstverständlich war. Als ich Adornos Vortrag gelesen habe, kam es mir vor, als hätte er ihn gerade eben geschrieben und als sei er ein Kommentar zu unserer Zeit. Da finden sich Sätze wie der, dass die Anhänger des Alt- und Neufaschismus heute quer durch die gesamte Bevölkerung verteilt sind. Nun, genau das ist der Fall. Und genau das zeigen Studien seit mehr als 20 Jahren. In seinen eigenen Studien über den Faschismus und den autoritären Charakter damals war Adorno zu dem Schluss gekommen, dass das Jahr 1945 für viele Deutsche kein Jahr der Befreiung, sondern des verlorenen Krieges war. Adorno sah sehr klar, dass die Zitat Wirkliche Auflösung der Identifikation mit dem Naziregime und ihrer Disziplin eben nicht wirklich stattgefunden hatte. Genau deshalb könne man bis heute immer wieder daran anknüpfen, schrieb Adorno. Wobei heute wohlgemerkt das Jahr 1967 meint. Was Adorno in den 60er Jahren erlebte, war der Aufstieg der NPD, die ihn in vielen an die NSDAP erinnerte. Nicht zuletzt, was den Zusammenhang von Ökonomie, Gesellschaft, Individuum und Erinnerung betraf. Adornos Überlegungen basieren also auf der Analyse des neuen Faschismus der NPD. Er konnte damals nicht wissen, dass der AfD-Politiker Björn Höcke, auf den ich später nochmal zu sprechen komme, 50 Jahre später in seiner Rede vom 17. Januar 2017 im Dresdner Lokal Ballhaus-Watzke folgendes sagte, Zitat, Anstatt die nachwachsende Generation mit den großen Wohltätern, den bekannten, weltbewegenden Philosophen, den Musikern, den genialen Entdeckern und Erfindern in Berührung zu bringen, von denen wir ja so viele haben, vielleicht mehr als jedes andere Volk auf dieser Welt. Und anstatt unsere Schüler in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu bringen, wird die Geschichte, die deutsche Geschichte, mies und lächerlich gemacht. Und diese dämliche Bewältigungspolitik, die lähmt uns heute noch viel mehr als zu Franz Josef Strauß' Zeiten. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Zitat Ende. Die Zeiten von Strauß, damit meint Höcke ja gerade die Zeit, in der Adorno nach dem Exil in Frankfurt lehrte und forschte, also genau die Zeit, in der Adorno allmählich einen neuen, autoritären Nationalismus erstarken sah, bis sich dann 1964 tatsächlich auch die NPD gründete. Schon damals wurde der Ruf laut, dass Schluss sein solle mit dieser dämlichen Bewältigungspolitik. Adorno brachte das in seinem Vortrag sehr treffend mit der Parole Schluss mit dem Schuldbekenntnis auf den Punkt. Genau das, was Adorno damals beschrieb, sagt Höcke heute offen. Geschickt? Durchaus, meinte Adorno damals. Und schiebt noch eine kluge Analyse hinterher. Er stellte nämlich fest, dass die neu gegründete NPD schon allein durch die Angleichung ihres Namens an die der anderen Parteien so etwas wie einen organisatorischen Massenappell ausgeübt hat. Das wirke in Deutschland, sagte Adorno. Es hat etwas Straffes und Zentralistisches. Aber etwas, das auch nur entfernt an eine Sekte gemahnt, erscheine vielen Deutschen als Suspekt. Das wählen sie dann nicht. Was die inhaltliche Positionierung oder auch die Ideologie der NPD angeht, sei diese durch die Gesetzgebung an ihrer vollen Äußerung verhindert, schreibt Adorno. Und auch das scheint Höcke ja viele Jahre später anzudeuten. Es gäbe, so Adorno damals, einen permanenten Konflikt zwischen dem Nichtsagen dürfen und dem, was, Zitat Adorno, wie ein Agitator neulich es nannte, die Zuhörerschaft zum Sieden bringen soll. Diese Strategie ist klug. Man beruft sich darauf, dass wahre Demokratie einem doch das Recht gäbe, seine Meinung endlich frei zu äußern, lässt aber dabei das offen Antidemokratische dieser Meinung ganz bewusst weg. Dieser Widerspruch, der durch Auslassen, durch Runterspielen vertuscht wird, ist typisch für die neue rechtsradikalen Bewegung, schreibt Adorno. Erinnert euch das an was? Ist nicht das Weglassen von Widersprüchen immer noch ein Kern rechtsradikaler Politik? Diese behauptet doch, dass sie sich wie alle anderen völlig zu Recht auf demokratische Freiheit berufen dürfe, ja, dass sie sogar eine Partei der bürgerlichen Mitte sei und lässt dabei bewusst antidemokratische Äußerungen, auf die ich später noch zurückkomme, gezielt weg. Wenn die überparteiliche Ordnung dabei verletzt wird, sagt Adorno, ist man bei den Rechten nachsichtig. Anders aber, wenn es um die Ordnung innerhalb der eigenen Partei geht. Dann droht schnell das Verbot, stellte Adorno 1967 fest. Bis heute gibt es ja diese Flügelkämpfe und Parteiausschlüsse innerhalb der AfD. Die strenge Hierarchie und Ordnung im Inneren, die Adorno feststellt, galt nicht nur für die NPD, sie gilt auch bis heute für rechtsradikale Parteien insgesamt. Doch einen weiteren Aspekt analysiert Adorno. Die wichtigste Technik, schreibt er, Zitat, durch die die Wahrheit in den Dienst der Unwahrheit gestellt wird, ist die, dass an sich wahre oder auch wichtige Beobachtungen aus ihrem Zusammenhang herausgeschnitten, ausgeschnitten, isoliert werden. Also, dass etwa gesagt wird, unterm Hitler ist es uns doch eher den dummen Krieg gemacht hat, sehr gut gegangen. Ohne das gesehen wurde, dass diese ganze Konjunktur der Jahre von 1933 bis 1939 lediglich durch die hektische Kriegswirtschaft, also durch die Vorbereitung des Krieges überhaupt, möglich gewesen ist. Zitat Ende. Man sagt, na der Hitler, der hat doch auch Gutes gemacht, der hat doch die Autobahn gebaut. Und das wird man ja wohl auch nochmal sagen dürfen. Nur wenn man es sagt, so Adorno, dann sollte man auch sagen, warum er Autobahnen hat bauen können. Weil er nämlich die Kriegsmaschine angeworfen hat, die am Ende zu Millionen Toten geführt hat. Es gab die Autobahnen, weil es die Kriegswirtschaft gab. Das eigentliche Zentrum der Analyse von Adorno stellt jedoch der Begriff der Propaganda dar. Ihn hält er für das eigentliche Zentrum für die Sache selbst, um die sich auch die NPD drehe. Propaganda, sagt Adorno, ist eine massenpsychologische Technik, der das Modell der autoritätsgebundenen Persönlichkeit zugrunde liegt. Genau diese These bestätigen immer wieder neuere empirische Untersuchungen, beispielsweise des Soziologen Wilhelm Heidmeier, der am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld forschte und die Ergebnisse unter anderem in seinem Buch »Autoritäre Versuchungen« beschreibt. Die autoritätsgebundene Persönlichkeit hat zwei Seiten. Die eine, die Macht will, also befehlen will und so weiter, und Autorität bis hin zur offenen Gewalt ausüben will. Die andere Seite, die sich gern passiv verhält, um sich einer anderen Autorität mit Hingabe unterzuordnen. Adorno sagt, dass sich in den neonationalsozialistischen Äußerungen, Zitat, niemals auch nur eine Äußerung finden lässt, die dem Schema der autoritätsgebundenen Persönlichkeit nicht entspricht. Zitat Ende. Diese Struktur, diese unbewussten Tendenzen werden von Propaganda jedoch nicht etwa bewusst gemacht, sondern im Gegenteil tiefer ins Unbewusste verdrängt. Was da schlummert, soll gar nicht lautstark in Erscheinung treten. Es ist nämlich viel nützlicher, wenn es weiter unerkannt bleibt, aber die Emotionen schön aufheizt. Und genau dazu dient Propaganda. Das ist auch einer der Gründe, warum am Rechtsradikalismus orientierte Politikerinnen und Politiker erstens immer gegen Psychoanalyse und zweitens immer gegen die Intellektuellen vorgehen und beide verfolgen, denn beide schlagen ja Verfahren des Bewusstmachens und der kritischen Aufarbeitung von unbewussten Motiven vor. Also sind sie der Feind. Doch im Grunde, so Adorno, ist die Anzahl der zur Verfügung stehenden Tricks der Propaganda relativ klein. Die Bewegung lebe von ihrer Wiederholung, insbesondere davon, Teilwahrheiten zu formulieren und zu provozieren, um sich dann gleich darauf wieder schön zurückzuziehen. Mit zum Arsenal der Tricks gehören natürlich auch schlichte Verdrehungen von Tatsachen. Weit verbreitet ist aber auch das, was Adorno als Salami-Methode bezeichnet. Das sei ein schnoddriger Ausdruck dafür, Zitat, dass man von einem Komplex ein Stück abschneidet, dann noch eins und noch eins. Es wird etwa mit der pseudowissenschaftlichen Pedanterie, die diesen Bewegungen eigentümlich ist, an den Zahlen der ermordeten Juden gezweifelt. Und es wird erst gesagt, ja, es waren ja nicht sechs Millionen, sondern nur fünfeinhalb. Und wenn man dann einmal so weit ist, dann ist zunächst überhaupt verdächtig, dass welche ermordet worden sind. Und am Schluss wird es dann so dargestellt, als ob es überhaupt umgekehrt gewesen wäre. Zitat Ende. Man könnte es auch so formulieren. Die Salamik-Taktik, von der Adorno da spricht, ist im Grunde nichts anderes als die Vogelschiffstaktik von AfD-Politiker Alexander Gauland. Der hatte als Fraktionschef der AfD im Bundestag beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative im thüringischen Seebach am 2. Juni 2018 erklärt, Zitat, Ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die zwölf Jahre. Womit er die Nazi-Herrschaft meinte. Und dann fort vor. Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in unserer über tausendjährigen Geschichte. Zitat Ende. Ich habe in Frankfurt am Main im vergangenen Jahr erlebt, wie Gauland auf die wiederholte Frage, was er denn damit gemeint habe, immer, immer wieder ausgewichen ist. Gibt es ein Vertun, was Gauland also mit der Vogelschiss-Metapher meint? Auf der Seite der AfD-Bundestagsfraktion wird die Rede Gaulands stolz zitiert. Nur wenige Sätze später sagt er nämlich, Zitat, Liebe Freunde, uns muss man nicht vom Unwert des Nationalsozialismus überzeugen. Wir haben diesen Unwert im Blut. Aber, liebe Freunde, wer eine Rot-Kreuz-Flagge aus den letzten Tagen des Kampfes um Berlin entsorgt, hat keine Achtung vor soldatischen Traditionen, die es ja jenseits der Verbrechen auch in der Wehrmacht gab. Zitat Ende. Darauf reagierte die AfD-Jugend übrigens mit Beifall und Gauland Gauland rufen. Genau diese Taktik meinte Adorno mit Salami-Strategie. Die Wehrmacht mag ja das ein oder andere gemacht haben, das nicht so schön war. Ermorden und Töten. Aber mal ehrlich, Freunde, die hatten doch wenigstens echte soldatische Tradition. Und die ist doch auch noch heute was wert. Oder, mein Gott, zwölf Jahre, ja, aber das ist doch ein Vogelschiss. Genau so funktioniert diese Art des Denkens, wenn man der Analyse Adornos folgt. Man erweckt den Eindruck, sehr genau zu sein. Zwölf Jahre. Genauer als all die anderen, die nur so reden. Ja, und vielleicht deshalb auch ein bisschen formalistischer. Und gleichzeitig ist man so frech. Das muss man doch wohl wie Gauland nochmal sagen dürfen, sowas wie mit der soldatischen Tradition. Es wird dabei so getan, als ob es um Wahrheit und Ehre und Tradition geht. Und völlig verschwiegen wird dabei, dass die Wehrmacht Völkerrecht verletzte und Massaker und Kriegsverbrechen verübte. Und zwar systematisch und nicht mal hier und da wie ein Vogelschiss. Und zu dieser Salami-Taktik, die unliebsame Wahrheit propagandistisch wegzuschneiden, gehört natürlich auch, sich bei all dem einen ruhigen und gutbürgerlichen Anstrich zu geben. Fast hat man ja das Gefühl, die heutige AfD hätte Adorno gelesen, um sich bei ihm Rat zu holen. Adorno gibt genaue Beispiele für das, was er meint. Er schreibt zum Beispiel, dass die verbreitetste rechtsradikale Zeitschrift seinerzeit Studentenanzeiger hieß. Für den Naiven, schreibt Adorno, Zitat, sieht es also so aus, als würde diese Zeitschrift von einer studentischen Organisation herausgegeben, die die Studentenschaft auch hinter sich hat, während sie in Wirklichkeit eine rein propagandistische Sache ist. Zitat Ende. Deshalb passiere so Adorno mit dem Wort Deutsch dasselbe, das monopolisiert wird. Zitat. Es wird alles Erdenkliche deutsch genannt, während die entgegengesetzten Parteien einfach, weil sie eben in Deutschland beheimatet sind und hier fungieren, genauso deutsch sind wie die, die das Wort monopolisiert. 1967 konnte Adorno nicht ahnen, dass sich 2013 die Partei Alternative für Deutschland gründen würde. Man kann jetzt darüber streiten, ob die Partei das Wort Deutschland vereinnahmt, also monopolisieren wollte. Jedenfalls steckt bereits im Namen die Behauptung, für das gesamte Land die Alternative darzustellen. Und im ersten Wahlprogramm der AfD vom 14.04.2013 heißt es, ich zitiere, Zitat Ende. Die Alternative für Deutschland besteht also in einer rettenden Idee, die dann erstens andere Staaten dazu zwingt, etwas zu tun und diese zweitens auch noch beglückt und befreit. Wie sieht diese rettende Idee aus? Noch einmal das AfD-Wahlprogramm, Zitat. Wir werden dafür sorgen, dass Gesetzgebungskompetenz zurück zu den nationalen Parlamenten verlagert wird, Zitat Ende. Und da habe ich Idiot doch immer gedacht, dass die Parlamente durchaus Gesetzgebungskompetenz haben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob die AfD nicht doch recht hat, dann ist das möglicherweise leider ein Anzeichen für die bereits einsetzende Wirkung von Propaganda. Adorno jedenfalls konnte von all dem 1967 keine Ahnung haben. Aber er analysierte, wie mir scheint richtig, auf immer noch geltende Weise die Strategie, die damals von der NPD und heute in Reden der AfD zum Einsatz kommt. Adorno nennt diese Strategie den Man-muss-doch-eine-Idee-haben-Trick. Er beschrieb das damals so, Zitat, Das ist eine Sache, die man auch unter relativ harmlosen Menschen findet, die so sagen, naja, was soll denn aus dieser Jugend werden? Diese Jugend hat keine Idee und die geben jedoch wenigstens eine Idee. Ich glaube, das ist geradezu der Prototyp dessen, was ich mit vulgär Idealismus gemeint habe. Es wird nämlich hier der Begriff der Idee pragmatisch in sein Gegenteil versetzt. Das heißt, die Idee soll nicht um Dessertwillen da sein, weil sie wahr ist, nicht um ihres objektiven Gehalteswillen, sondern nur aus dem pragmatischen Grund, dass man ohne Idee gewisserweise nicht soll leben können, dass es gut sein soll, dass man eine Idee hat. Was der Inhalt der Idee ist, das ist aber gleichgültig. Aber wenn man nur recht auf den Tisch schlägt und sagt, wir haben eine Idee, dann ist das schon bereits das wirksame Surrogat für eine solche Idee. Zitat Ende. Was man dagegen tun sollte? Unter anderem schlägt Adorno vor, dass man gerade an solchen Stellen, an denen von einer alternativen Idee, und zwar alternativlosen Idee, die Rede ist, besonders wachsam sein sollte. Propaganda konzentriert sich mit großem Geschick auf allergische Punkte, wie etwa den, dass das herrschende System, gemeint ist unsere Demokratie, die Bevölkerung doch diskriminieren würde, weil es keine oder zu wenig Volksabstimmungen gibt. Auch diese Beobachtung von Adorno spiegelt sich im ersten Wahlprogramm der AfD wieder. Denn Propaganda hat laut Adorno nicht zuletzt die Aufgabe, bei Parteien und Bewegungen eine Differenz, einen Unterschied, einen Mangel zu verdecken. Er meint damit die Kluft zwischen den realen Interessen, die die Führung einer Partei und eine Reihe ihrer Anhänger hat, und den vorgespiegelten, in Wahrheit deshalb auch falschen Zielen. Wenn aber dieses Mittel des Vorspiegelns und Verbergens der realen Interessen in einem zunehmenden Maß die Ziele selbst ersetzt, dann macht am Ende tatsächlich Propaganda die eigentliche Substanz der Politik aus. Kein Zufall also, sagt Adorno, dass die sogenannten Führer des deutschen Nationalsozialismus, Hitler und Goebbels, in erster Linie Propagandisten waren. Der Vulgär-Idealismus füllt die Lücken. Während die Eliten, könnte man ganz heute im Sinne der Propaganda und der Analyse von Adorno sagen, angeblich nichts anderes im Sinn haben, als sich selbst zu bereichern, statt das zu tun, was sie doch als Politiker eigentlich tun sollten, nämlich für das Wohl Deutschlands und seiner Bevölkerung zu sorgen, ist es diese eine aufrichtige Partei, die die einzige Alternative zu dieser flächendeckenden Korruption in Deutschland darstellt. Wer zum System gehört, und genau darin besteht ja das propagandistische Credo, der kann auch nicht frei sein, der kann sich folglich auch keine guten Alternativen ausdenken, der hat keine Ideen. Aber genau das, sagt Adorno, ist ja die Lüge und der Betrug. Denn diejenigen, die sich einbilden, die einzige Alternative darzustellen, haben in Wahrheit, wie Adorno schreibt, keine durchgebildeten Theorien. Und aus eben diesem Grund wenden sie sich immer wieder und mit großer Inbrunst gegen diejenigen, die überhaupt Theorien haben. Insbesondere natürlich gegen die Intellektuellen, Kulturschaffende oder Wissenschaftler. Warum? Weil diese Wissenschaftler ja nicht Wissen schaffen für Deutschland, wie es sich gehört, sondern für das System. Und das System lügt. Das System hat die Lüge zum Beispiel vom Klimawandel erfunden. Ihr meint vielleicht, dass ich jetzt übertreibe? Die AfD sagt sehr klar in ihrem Stuttgarter Grundsatzprogramm von 2016, dass die Wissenschaftler des IPCC, also des Intergovernmental Panel on Climate Change, statt zu forschen, in Wahrheit nur politische Ziele verfolgen. Und ratet, natürlich sind diese Ziele des IPCC, dem 195 Regierungen und mehr als 120 Organisationen als Beobachter angehören, andere als die der AfD. Also sagt der IPCC die Unwahrheit. Und auch das ist natürlich nichts anderes als Propaganda. Es würde jetzt zu weit führen, die Thesen der AfD und übrigens auch die anderen Parteien zum Klimawandel zu überprüfen. Dafür empfehle ich euch die Seite klimafakten.de. Falls ihr der Seite misstraut, schaut euch mal an, wer im wissenschaftlichen Beirat sitzt. Alles Lügnerinnen und Lügner? Auf der Klimafaktenseite jedenfalls werden die Behauptungen zum Klimawandel aus dem AfD-Wahlprogramm referiert und auf ihre Wahrheit hin geprüft. Fakt ist, bis heute wollen weite Teile der AfD alle Programme zur CO2-Reduzierung beenden. Warum? Weil sich das Klima, Zitat AfD, völlig unabhängig vom menschlichen Tun entwickelt. Um wieder auf Adorno zurückzukommen. Der macht in seinem Vortrag deutlich, dass schon damals zu NPD-Zeiten die zentralen und oft verwendeten Begriffe wie Systemparteien Slogans von Goebbels waren. Diese Slogans sind deshalb so ungeheuer wirksam, sagt Adorno, Zitat, weil die Menschen das Gefühl hatten, nun gerade mit dieser Bewegung, die die Freiheit abschaffen will, gleichsam wieder in den Besitz der Freiheit, der freien Entscheidungsmöglichkeiten zu gelangen, Zitat Ende. Was Adorno beschreibt, ist, dass man nur mit denen, die gegen die Systemparteien vorgehen, und zwar möglichst hart, eine echte Alternative finden kann. Genau das war der Kern der hitlerschen Propaganda und kommt einem seltsam gegenwärtig vor. Leider haben zahlreiche Studien nach Adorno bestätigt, dass diese Art der Propaganda besonders gut verfängt eben bei Menschen mit autoritärer Charakterstruktur. Und von denen gibt es sehr viele. Es gibt gute empirische Gründe, warum Wilhelm Heidmeier in seinem schon erwähnten Buch »Autoritäre Versuchungen« von der AfD als einer Partei des autoritären Nationalradikalismus spricht. Der Begriff des Populismus, zeigt er, sei absolut verharmlosend und verkennt die tatsächliche Radikalisierung, die inzwischen in der AfD stattgefunden hat. Stichwort Verfassungsschutz und Gefahr durch rechten Terror. Wer mehr wissen will, Heidmeiers Buch lesen. Die Ausgangsfrage heute war ja, handelt es sich nun bei dem, was zum Kern des Programms der AfD gehört, um Propaganda. Darauf möchte ich zum Schluss nochmal eingehen, indem ich einen der AfD-Führer beim Wort nehme, den aus Westdeutschland stammenden Politiker, Oberstudienrat und Fraktionsvorsitzenden der AfD im Thüringer Landtag, Björn Höcke. Zusammen mit Sebastian Hennig hat er das Buch nie zweimal in denselben Fluss geschrieben. Als ich das Buch letztes Jahr nach der Thüringen-Wahl kaufen wollte, war es einige Wochen lang nicht lieferbar, weil der Verlag offensichtlich nicht mit dem reißenden Andrang zurechtkam. Das hier ist also jetzt schon die dritte Auflage. Wenn sich Plato nicht so sehr schütteln würde, könnte man sagen, dass das Höcke-Buch rein formal betrachtet Platos Dialoge imitiert, wobei es sich nur in äußerst wenigen Fällen um wirkliche Dialoge handelt, denn Hennig stellt häufig ein oder zwei zeilenlange Pseudofragen, typisch etwa die auf Seite 81, hegen sie die Hoffnung, dass sich dieses hohe Ideal in ihrer Partei verwirklichen lässt. Was sagt nun Höcke, der nicht müde wird zu betonen, dass er die bürgerliche Mitte repräsentiert? Auf Seite 63 sagt er, Zitat, wenn wir zum Beispiel auf die katastrophale Niederlage von 1945 blicken. Achtung, da ist es wieder, Niederlage, nicht etwa Befreiung von den Nazis, aber weiter im Höcke-Original. Dann kann man sagen, es gibt neben all dem Elend und Schrecken auch einen Vorsprung der Besiegten. Aha, der Vorsprung der Besiegten. Was meint Höcke? Naja, der Sieger ist kein Sieger, der Sieger ist der Betrogene. Der Sieger hat, Zitat Höcke, nur in einem vulgär-darwinistischen Sinnrecht. Sein System war das Stärkere und hat sich durchgesetzt, aber das macht ihn hochmütig und kritikunfähig gegenüber den eigenen Fehlern und Defiziten. Zitat Ende. Die, die in der Birne klar sind, also die eigentlichen Helden, das sind die Besiegten. Und wer wurde besiegt? Die Nazis. Wer ist also der eigentliche Held der Geschichte, laut Höcke? Die Nazis. Es lassen sich viele solcher Stellen finden, die, wenn man sie näher untersucht, klare Bezüge zu nationalsozialistischen Ideen oder direkt zu Hitler haben. Gegen Ende des Buches, auf den Seiten 251 und folgende, klappt Höcke dann endgültig das Visier hoch. Er will zeigen, dass die politische Klasse die Bevölkerung beschwichtigt und angesichts der dramatischen Folgen ungebremste Zuwanderung all das verharmlost. Das führe zu einer unseligen Spaltung Deutschlands. Die Machthaber, schreibt Höcke und meint damit vermutlich die Regierung, die ja immerhin demokratisch gewählt ist, so wie er selbst, also diese Machthaber versuchen, Zitat, die starken Zentrifugalkräfte einer multikulturellen Misstrauens- und Konfliktgesellschaft durch ein repressives Regime zusammenzuhalten. Aber das wird auf Dauer nicht funktionieren. Zitat Ende. Aha, die jetzige Regierung ist also ein repressives Regime. Sie unterdrückt uns. Und was wird dann kommen, wenn Schluss damit ist? Was dann kommt, ist die Katastrophe. Aber eine, die Höcke steuern wird. Kurz bevor er den Horror, den er bejaht, gut findet, wird er nochmal lustig. Scherzend meint der in Westfalen geborene Thüringen-AfD-Politiker, dass man sich ja wie die tapfer, fröhlichen Gallier in unsere ländlichen Refugien zurückziehen könne, während die neuen Römer in den verwahrlosten Städten residieren. Auch das ist ja klassische Polarisierungstaktik, also Schwarz-Weiß-Denken, das zu den Grundprinzipien jeder Propaganda gehört. Aber dann wird der Höcke-Ton sofort rauer und unterschwellig auch drohend. So ähnlich wie in dem Interview, dass Höcke dem ZDF gab und dann abbrach mit dem Hinweis, er würde doch vielleicht mal eine wichtige Person in diesem Land. Und dann sei es für den Reporter zu spät. In seinem Buch jedenfalls schreibt Höcke mit Blick auf das, was kommt, auf Seite 254, ich zitiere, Unser oberstes politisches Ziel ist es natürlich, all diese Szenarien zu verhindern und den fahrenden Zug vor dem Aufprall zu stoppen. Das wird schon schwer genug sein. Aber auch in der erhofften Wendephase stünden uns harte Zeiten bevor. Denn umso länger ein Patient die drängende Operation verweigert, desto härter werden zwangsläufig die erforderlichen Schritte werden, wenn sonst nichts mehr hilft. Zitat Ende. Verstehe ich das richtig? Also man muss, wenn es soweit ist, operieren. Dann fließt halt mal Blut. Wer von euch den Roman Die Hungrigen und die Satten von Timor Wermisch gelesen hat, weiß, was damit gemeint ist, nämlich ein wirkliches Blutbad. Genau in diese Richtung geht das Gespräch. Hennig sagt, brandige Glieder können nicht mit Lavendelwasser kuriert werden, wusste schon Hegel. Interessant, dass an solchen Stellen Philosophen wie Hegel zitiert werden, aber Höcke lässt den Hegel rechts liegen, das ist ihm zu schwach. Er sagt, Zitat, Genau das war die Propaganda der Nazis. Die Armen erledigten schweren Herzens und unter großem Stress in den Konzentrationslagern die schwere Aufgabe, Millionen von Juden zu töten. Ja, das läuft sogar hier und da mal den moralischen Empfinden zuwider. Aber man kann dann ja abends wenigstens ein bisschen klassische Musik hören und Hand aufs Herz. Es muss doch um der guten Sachen billigen geschehen. Man war am Ende doch allein der, Zitat Höcke, Autochtonenbevölkerung verpflichtet. Also den Eingeborenen, der Eingeborenen oder Indigenenbevölkerung, also dem eigentlichen Volk, zu dem die, die auch deutsch, aber auf ihre Weise sind, nicht mehr gehören. Ein letztes Zitat noch, wenige Zeilen später. Und damit ist dann wirklich klar, worum es buchstäblich am Ende gehen wird. Zitat, Seite 254. Und bei dem wird man, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit, wie es Peter Sloterdijk nannte, herumkommen. Das heißt, dass sich menschliche Härten und unschöne Szenen nicht immer vermeiden lassen werden. Man sollte seitens der staatlichen Exekutivorgane daher so human wie möglich, aber auch so konsequent wie nötig vorgehen. Zitat Ende. Was bitte ist eine wohltemperierte Grausamkeit? Ein bisschen foltern, ein bisschen töten, nach dem Motto, das geht ja vorbei, denn es geht ja von denen aus, die, wie wir wissen, auf der richtigen Seite stehen. All das ist grobe Propaganda, mit einem drohenden, letztlich brutalen Unterton, der Angst machen soll. Adorno hat gezeigt, dass es bei vielen Klick macht, wenn sie eine autoritäre Charakterstruktur haben. Adorno kann, wie viele andere Aufklärer, nur noch durch seine Texte zu uns sprechen. Und was er sagt, ist, dass dies brutale und krasse Propaganda ist. Er warnt davor, ihr zu folgen, weil es, zu Ende analysiert, Nazi-Propaganda ist. Laut Verwaltungsgericht Meiningen darf man den thürichischen AfD-Chef Björn Höcke als Faschisten bezeichnen. Aber damit ist nicht viel gewonnen. Die viel schlimmere Wahrheit ist, dass nicht nur er faschistisch denkt und handelt. Er und viele seiner sich bürgerlich nennenden Unterstützer warten auf das von Höcke gezeichnete Szenario am Ende. Brutale Grausamkeit gestrickt nach denselben Mechanismen wie in den zwölf Jahren der Nazi-Herrschaft mit Millionen von Toten, die ja für die AfD nur ein Vogelschiss waren. Soweit für heute mit Adorno zur Analyse rechtsradikaler Propaganda. Neu ist daran leider nur wenig. Und das ist vielleicht das Traurigste an der Sache. Also, handelt, klärt euch richtig auf, denkt über die Sachen nach, checkt Fakten, redet miteinander und handelt so, dass ihr jeden Menschen so behandelt, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Nämlich als Mensch und nicht als niemand, den man mit wohltemperierter Grausamkeit liquidiert. Und tschüss.